Wieso feiern wir Halloween am Arsch der Welt? Soll ich hier etwa Rehe flachlegen? Wenn ihr wahre Freunde seid, wird die Zeremonie euch reinigen. Du weißt, wovor du Angst hast, aber kannst du sie auch besiegen? Was macht die Angst? Werde. Klaustrophobie. Seit dem Film geh ich nicht mehr ins Passat. Ich hab vor nichts Angst. Es gibt da was, was du nicht weißt. Über mich und meine Familie. An diesem Halloween bekommt Angst einen Namen. Morty, er wurde von meinen Armen geschnitzt, vor 18 Generationen. Morty ist zurück. Du kannst nicht vor dem Film, was in dir ist. Du wirst nicht wie dein Vater. Ich seh die Angst in deinen Augen. Die 13. Legende. Du weißt nicht, was Angst ist. Du weißt, was Angst ist. Dihe Eller! Du weißt, würde ich Angst haben. Du weißt, schimmig! Untertitelung des ZDF, 2020